dass die Entwicklung hin zu dieser Innovation geht und Eye-Tracking geht dort wirklich an. Das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit der Firma Lenovo, wo wir als Tobi unsere OM-Technologie wie Treiber im Hintergrund laufen und sicherstellen, dass man sehr stabil die Augen getrackt bekommt. Dass man also quasi a das Auge findet, b eine korrekte Berechnung des Blickpunktes auf dem Bildschirm macht. Und das ist natürlich der ganze Teil Treiber, da haben wir eine relativ komplexe Software, die genau das ermöglicht, nämlich Studien durchzuführen, die wir natürlich selbst erstellen.